Aufnahme startet. Perfekt. Jo Leute was geht ab? Concoil wieder am starten. Herzlich willkommen zum letzten Part hoffe ich. Von Minecraft PS4 Bedrock Diamond Tycoon. Yay. Alter sieht man hier. Oh hat sich auf Emerald geupgradet. Ich bin in der Maschine. Wir brauchen 10.000. Mal gucken wie lange wir brauchen für die 10.000. Null. Das war auch gefühlt kein Batzen mehr. Okay geht eigentlich relativ schnell. Okay und wenn ihr PS4 Spieler seid und ihr wollt mal gucken. Ihr wollt zum Beispiel keine Maps kaufen. Ihr habt Vorschläge welche Maps ich mal jetzt playen soll im Minecraft Store. Dann schreibt es in den Kommentaren. Ich werde es mir dann holen. Ich habe gefühlt schon gefühlt alles hier im Store geholt. Aber ich kann auch nicht dazu jetzt Plates zu machen deswegen. Ich bin wirklich auch so ein paar cool Jump'n'Run machen. Oh ich bin übelst der Jump'n'Run Profi. Und wenn ihr mit Freuden zieht wie wir zusammen Petros oder Skyros zocken. Oder Sky kriegt Lucky Block. Noch 6.000? Geht echt schnell. Lul. Sprung. 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 Das ist echt nicht mal viel. Lul. Kommt den Diamanten haben wir noch gar nicht eingesammelt. Ha. Diamant genommen. Noch 5.000. Warum gehe ich hier eigentlich noch lange her nicht spawnen? Und, wow, einer, Ohrpatzen. Noch 4.000. Warte mal. Nee, hatte Hoffnung. Aber Hoffnung stirbt zuletzt. So, ist da oben. Da oben ist wieder was gespawnt. Und dann gehen wir nach da oben. Ich hab mir eigentlich voll krass den Überblick gefühlt. Passt. Dann gehen wir wieder runter zum Miner. Yeah. Hey. 3000. Hype. Aha. Oh, diese Batzen da, die sind jetzt. Oh, 100 hört. Krass. Ne, den hole ich jetzt nicht. 2000 noch. Ah, ey. Ah. Sieht schon geil aus, ne? Wie viele Parts haben wir jetzt sechs oder wie? Da muss ich mir sechs Fundmates noch machen. Da ist irgendwas drin. Oh, lol. Alle. Guck mal, was es so für Blöcke gibt, die vielleicht Texturänderungen haben. Oh, wir haben's gleich, wir haben's gleich, wir haben's gleich. Das ist noch ein Tier. Und ist es der letzte Part? Komm schon, komm schon. Ja. Oh, noch 100. No more upgrades. Wir haben alles geupgradet, was es so gibt. Das heißt, die Adventure Map ist hiermit vorbei. Ich hoffe, ihr habt euch gefallen. Wie gesagt, es wird noch mehr kommen. Haut rein. Euer Konkori. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.